Hallo, mein Name ist Raphael Netz und ich bin Bereiter im Team Aubenhausen. Wir stehen hier bei der Blogger Lounge und wir machen gleich bei der Mercedes-Benz Einpark-Challenge mit. Ich will das Ding schließlich gewinnen, also haut mal in die Tasse. Ich brauche gleich eure Hilfe und zwar ein Teil des Parcours ist, dass ihr eine Frage beantworten müsst. Also schaut bitte gleich in meine Story, denn ich stelle da eine Frage. Bis zum nächsten Mal.